Das Geheimnis um den Auszahlungstermin der Energiezulage für Rentner. 1.12.2022 oder nicht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Fragen kommen aktuell bei rentenbescheid24.de wegen der 300 Euro Energiepreispauschale bei uns an. Ich habe schon einige Videos zu diesem Thema gedreht. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Energiepreispauschale für Rentner, die zum 1.12.2022 kommen soll. Wann genau werden die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner ausgezahlt? Ist es der 1. Dezember als separate Auszahlung oder mit der laufenden Rentenzahlung? So eine Anfrage, die wir erhalten haben. Im Positionspapier der Ampelkoalition zum dritten Entlastungspaket steht dazu folgender Satz geschrieben. Ich zitiere, Rentnerinnen und Rentner erhalten zum 1. Dezember 2022 eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Das Wort, an dem wir unsere Antwort geben, ist das Wort oder die Wortzusammenführung zum 1. Dezember 2022. In diesem Fall handelt es sich für mich um eine fixe Datumsangabe. Also zum 1.12.2022 sind die 300 Euro auszuzahlen. Ähnlich wie bei einer Kündigung zum 1. Dezember 2022 muss die Zahlung der 300 Euro nach der Lesart des Beschlusspapiers spätestens zum 1. Dezember 2022 um 23.59 Uhr auf den Konten der Rentner ausgezahlt werden. So lege ich die Worte des Beschlusspapiers in der Tat aus. Es steht in dem Beschlusspapier nicht drin, dass ab dem 1.12.2022 ausgezahlt wird. Aus unserer Sicht handelt es sich nicht um den Fälligkeitstermin der Rentenzahlung, denn die Rente wird nicht am 1.12.2022 für den Dezember ausgezahlt, sondern für den Dezember am letzten Bankarbeitstag im Monat November, also am 30.11.2022, wenn sie ihre Rente vorschüssig erhalten. Wer die Rente nachschüssig erhält, das ist die Mehrzahl aller aktuellen Rentnerinnen und Rentner, wird am letzten Bankarbeitstag des Jahres 2022, das ist der 30. Dezember 2022, seine Rente für den Monat Dezember erhalten. Damit meint das Positionspapier aus meiner Sicht den Auszahlungstag für die 300 Euro Energiepreispauschale zum 1.12.2022. Das ist aus meiner Sicht auch logisch, weil ansonsten die Deutsche Rentenversicherung sämtliche Rentenbescheide für Altersrentner, Erwerbsminderungsrentner, Witwen und Waisenrentner komplett neu schreiben muss und dann auch knapp 22 Millionen Bescheide neu verschicken muss. Das wäre ein Irrsinnsaufwand und deshalb gehen wir davon aus, dass hier tatsächlich am 1.12.2022 die 300 Euro Energiepreispauschale brutto gleich netto ausgezahlt werden. Die Ampelkoalition hat sich im Datum schon festgelegt, aber wie immer, wir müssen natürlich mal abwarten, was dann in den entsprechenden Gesetzesentwürfen zu dem Auszahlungstermin tatsächlich drinsteht. Sollte sich da noch was anderes ergeben, werden wir natürlich darüber berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.